Was sagst du zum Spiel heute? Wir wussten, dass Borussia sehr tief stehen wird und eigentlich gar nichts für das Spiel macht. Aus meiner Sicht waren wir die bessere Mannschaft und hätten eigentlich das Spiel gewinnen müssen. Gerade nach dem 1-0 dürfen wir dann nicht mehr so das Spiel aus der Hand geben. Am Ende haben wir sogar noch ein bisschen gewackelt. Trotz allem waren wir über die ganze Spielzeit die bessere Mannschaft und hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber wir wollten einen Punkt. Wir wollten einen Punkt hier auswärts holen. Wir haben einen Punkt geholt und damit können wir sehr gut leben und sind auch zufrieden. Wir sind jetzt seit elf Spielen umgeschlagen und das Ziel erreicht hier. Es war ein typisches Derby. Man hat gemerkt, dass keiner verlieren wollte. Es gab wenig Torchancen. Wir waren beide sehr gut organisiert und ich denke auch ein absolut verdienendes Prämie. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Schürfers. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017